Ja, hallo ihr lieben, nächster Trailer. Eigentlich sollte es nur darum gehen, ja, Schrumpfkopf TV, wo sind denn die so wichtigen Alltagshelden? Weil da hat mich die Diana draufgebracht. Ich fand den Namen schon ziemlich, ziemlich interessant. Alltagsheld, ja. Und laut Definition von der Diana ist ein Alltagsheld jemand, der mit minimalen Kleinigkeiten einem anderen ein Licht gibt oder und ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und da habe ich mir ein paar Sachen zu überlegt. Bekam dann aber auch noch was rein vom Achim. Achim, Lauf-Teufel-Shop, ihr wisst es ja. Auch am Wagenus Radio, Wagenus TV-Kollege. Ja, dass da die Sparda-Bank uns verchippen möchte. Beziehungsweise uns ein kostenloses Implantat verpassen kann, wenn man eine Baufinanzierung abschließt. Naja, naja, naja. Gut, das ist natürlich wieder zu sehen auf den drei besagten Kanälen. Telegram, BitChute und VK. Diejenigen, die sich das bei Wagenus TV angucken, den Trailer, kopieren bitte den entsprechenden Link in die Browserzeile. Gebt da aber Obacht, dass da keine Leerstelle drin ist. Denn nur ohne Leerstelle oder Leerstellen, manchmal sind es sogar mehr, funktioniert der Link. Okay, dann sage ich mal Tschüss. Okay, dann sage ich mal Tschüss.